Hans Quest war ein deutscher Schauspieler und Regisseur. Er arbeitete im Film, Hörspiel und auf dem Theater, Leben und Werk. Hans Quest stammte aus einer Musikerfamilie und wuchs im historischen Kantorhaus unmittelbar neben der Hörerfordermünsterkirche auf. Das humanistische Friedrichsgymnasium verließ er vorzeitig. Seine Schauspielausbildung absolvierte er 1933 bis 1935 in Berlin an der Schauspielschule der Berliner Staatstheater. Sein erstes Engagement erhielt er von 1935 bis 1937 an den Wuppertaler Bühnen. Von 1937 bis 1939 wirkte er am Preußischen Staatstheater Berlin, bis er zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Nach dem Krieg war er 1946 am Stadttheater Hildesheim, wo er sein Regie-Debüt gab, sowie am Staatstheater Hannover und am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg tätig. Von 1947 bis 1950 arbeitete er an den Hamburger Kammerspielen. Hier wurde er als Kriegsheimkehrer Beckmann in Wolfgang Borcherts draußen vor der Tür bekannt. Ihm widmete Borchert das Stück. Von 1950 bis 1955 sowie 1971 72. und 1982 83. war er an den Münchner Kammerspielen engagiert. Seit 1972 war er Mitglied des Ensembles des Bayerischen Staatsschauspiels. Neben seiner Tätigkeit beim Theater wirkte Quest ab 1938 auch als Darsteller in Film- und Fernsehproduktionen mit. Vor allem für die Bundesrepublik Deutschland aber auch in einigen DEFA-Filmen wie 1949 in Die Blauen Schwerter, wo er den Porzellan-Erfinder Johann Friedrich Böttger spielte. Später arbeitete er auch als Filmregisseur vorwiegend in der Bundesrepublik Deutschland. Seine größten Erfolge feierte er mit den Straßenfegern Es ist soweit, das Halstuch Tim Fraser und Tim Fraser, der Fall Saarlinger, die alle nach Vorlagen des britischen Autors Francis Durbridge entstanden sind. Danach wandte er sich als Regisseur wieder der Bühne zu. Er inszenierte an der jungen Bühne Hamburg, an der kleinen Komödie München und bei Tourneen. Als Synchronsprecher Lierou, A. Richard Attenborough, Tom Courtney und John Garfield seine Stimme. Zu hören war er auch als grauer Herr in der Hörspielvertunung des Kinderbuch-Klassikers Mamo von Michael Ende. Hans Quest war zweimal verheiratet, in erster Ehe mit der Schauspielerin Charlotte Wittauer, mit der er zwei Söhne bekam, den Schauspieler Christoph Quest und den Firmeninhaber Thomas Quest. In zweiter Ehe heiratete er die Schauspielerin Ingrid Kapelle. In zwei Episoden der Serie Forsthaus Falkenau traten die beiden als Ehepaar Grasmann auf. Er wurde auf dem Münchner Nordfriedhof beerdigt. Sein schriftlicher Nachlass befindet sich im Archive der Akademie der Künste in Berlin, Filmografie, Auszeichnungen, 1966, Großer Hersfeldpreis.